Ich treffe mich hier mit Profisportlerinnen und Insidern aus der Deutschen Triathlon-Szene, um mal so richtig in deren Alltagsmomente Träume und Ziele reinzusoomen. Das Motto ist klar, weniger Standardphasen, mehr Prone Sights und natürlich ordentlich Futter für Swift und den Long Run. Über die Zusage meines ersten Gastes habe ich mich wirklich sehr, sehr gefreut und damit schließt sich auch ein Kreis, denn witzigerweise war ich ebenso damals in seinem Podcast angeschwitzt und ungeduscht, der allererste Gast. Es gab dann auch keine weitere Folge, also ich bin mir nicht ganz sicher, ob er genauso gute Erinnerungen daran hat. Egal, du kannst dich jetzt auf jeden Fall freuen auf ein wirklich sehr spannendes Gespräch mit Strava King, Content Machine und Laufgott Felix Henschel. Profi Triathlet ist er übrigens nebenbei auch noch und inwiefern er sich persönlich durchaus auch in der Unterhaltungsindustrie sieht und warum er das ganze Heckmeck um den Begriff des Triathlon-Profis langweilig findet, das erfährst du relativ zum Anfang unseres Gesprächs. Außerdem plaudern wir über Felix' Mindset, den Hustle im Alltag und seine Hawaii-Mission, aber auch darüber, dass das erstmal gar nicht so realistisch aussah, als ihm 2019 sein jetziger Trainer Sebastian Zeller das Ergebnis einer Leistungsdiagnostik mitteilte. Nicht konkurrenzfähig hieß es damals und ich muss sagen, hier fand ich Felix' Gedanken zu diesem Thema, was auch mit Motivation und der Einstellung zum Sport zu tun hat, besonders eindrucksvoll und wovon ich mir auf jeden Fall was abgucken kann. Stichwort, der Vergleich hinkt immer. Also viel Spaß jetzt beim Talk mit Felix und wir hören uns danach nochmal kurz im Abspann. Felix, Triathlon-Profi ist ein Begriff, wo wahrscheinlich jetzt alle Zuhörerinnen unterschiedliche Gedanken, Meinungen und wahrscheinlich auch Emotionen mithaben. Wenn man die Triathlon-Szene verfolgt, habe ich das Gefühl, dass die Berufsgruppe, muss man ja sagen, ist ja irgendwo auch ein Beruf oder es ist ein Beruf, so ein bisschen im Wandel ist und ich weiß nicht, wie dein Eindruck ist, ob sich da vielleicht auch die Sportler so nach und nach ein bisschen anpassen müssen an dem, was jetzt gerade so alles passiert. Nichtsdestotrotz zählt natürlich irgendwo das Leistungskriterium in erster Linie, ist klar, nicht? Wir haben ja nun alle das mit den Norwegern letzte Saison, die alle verfolgt und Christian Blumenfeld war ja ganz prominent Goldmedaille, dieser Tag mit diesen zehn Jahren, mit dieser Vision. Klingt natürlich im Nachhinein alles mal richtig geil und ich glaube, es war auch wirklich so. Was mich am meisten interessiert ist, hast du auch diese eine große Vision, dass du dir sagst, ich bin Zeitpunkt X dort und will das erreichen? Oder ist es bei dir eher so, dass du sagst, okay, das ist für mich ein absolutes Privileg, hier Triathlon-Profi das leben zu dürfen und ich schaue von Saison zu Saison? Ja, gute Frage. Man darf gleich da nicht ganz vergessen, dass ich jetzt auch schon ein wenig älter bin. Sicherlich noch nicht zu alt, aber jetzt mir nochmal irgendwie so ein Zehn-Jahres-Ziel zu setzen, wäre glaube ich ein bisschen unrealistisch. Von daher ist es jetzt eigentlich im Moment eher so, dass ich schaue von Saison zu Saison, wie es weitergeht, ob das alles Sinn macht, auch mit meinem Umfeld. Ich selber sehe bei mir körperlich noch Potenzial nach oben, eigentlich in allen drei Disziplinen. Ich habe meistens Spaß am Training und von daher sind das schon mal zwei Punkte, die jetzt nicht dafür sprechen würden, jetzt irgendwie zeitnah aufzuhören. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich irgendwie nochmal auf so ein mehrjahres-, längerfristiges Ziel fixieren möchte, sondern wirklich irgendwie schaue von Tag zu Tag. Ja, doch eigentlich wirklich klar, irgendwie so in der Saisonplanung von Jahr zu Jahr, aber dann jetzt schon im täglichen Leben von Tag zu Tag besser zu werden. Wir versuchen jede Trainingseinheit so zu absolvieren, wie sie geplant ist und ja, genau, einfach da möglichst voranzukommen und genieße halt da diesen Prozess, glaube ich, mehr als dieses Fokus auf eines, ein konkretes Ziel, was mir auch in meiner, in Anführungsstrichen, ersten Karriere, also im Laufsport, glaube ich auch teilweise ein bisschen im Weg stand, dass ich da so für mich selber auch gesagt habe, ich muss unbedingt zu den Olympischen Spielen und weniger darauf geachtet habe, dass ich von Tag zu Tag einfach das Bestmögliche investiere. Genau, und deswegen ist da jetzt, hat sich das von der Einstellung her ein bisschen verändert, ja. Du bist jetzt, glaube ich, in der fünften Saison, kann das sein? Ich habe 2016 mit dem Laufen aufgehört im Herbst, habe dann 2017 aber keine Profilizenz gezogen bei der DTU, sondern 2018 dann das erste Mal, ja. Genau, dann würden wir jetzt quasi in die fünfte Saison gehen und wenn du das jetzt gerade so beschrieben hast, ich habe auch nochmal, wie ich schon meinte, in unseren Live-Talk reingehört und da meintest du, dass man ruhig, auch gerade auch bezogen auf den Laufsport, weil es eben da auch nicht leicht ist, sich da quasi, ja, diesen Fuß in die Tür zu setzen, dass man halt auch ruhig groß denken darf, jetzt mal abgesehen, ob das dann realistisch ist oder nicht. Hat sich das bei dir auch so über die Jahre jetzt auch natürlich bedingt durch die Triathlon-Szene, wie sie ist so, das werden wir ja noch vielleicht erörtern, verändert, dass du jetzt mal ein bisschen provokant formuliert so ein bisschen kleine Brötchen backen musst, weil es eben so ist, die Szene? Oder würdest du sagen, dass sich das Bild bei dir nicht so verändert hat? Naja, ich meine, es macht auch keinen Sinn, total unrealistische Ziele sich zu setzen, die total out of reach sind. Also ich glaube, man braucht schon große Ziele, vielleicht mit einer guten Portion Optimismus. Ich glaube, manchmal schadet auch ein bisschen Selbstüberschätzung nicht, aber es muss halt im Rahmen bleiben. Also es wird wirklich kein... Ja, 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 genau. Ja, genau. Ich meine, klar, darf man jetzt auch nicht ganz vergessen, wie du es vorhin so gesagt hast, die dann so diesen... Das ist jetzt halt auch so die Erfolgsgeschichte, die wird natürlich auch erzählt, dass Christian Blumenfeld dann irgendwann gesagt hat, ja, mit neuneinhalb, keine Ahnung, oder halt vor zehn Jahren gesagt hat, ja, er wird in Rio Gold holen. Das ist natürlich geil, wenn man das sieht oder hört, aber es gibt halt auch ganz viele Geschichten von Athleten, die wahrscheinlich das Gleiche gesagt haben. Für die ist halt die Rechnung nicht aufgegangen, ne? Also darf man halt auch nicht so vergessen. Kleinere Brötchen, ich weiß nicht, man muss halt schon auch an sich glauben. Ich glaube, jetzt im Vorfeld von der Challenge Rot hätten halt auch viele Leute gesagt, wenn ich vorher gesagt hätte, naja, ich visualisiere schon einen Podiumsplatz in den Trainingseinheiten, hätten wahrscheinlich auch gesagt, naja, ist ja eine völlige Selbstüberschätzung. War es auch auf dem Papier, wenn man sich die Ergebnisse von den anderen Sportlern anschaut. Aber ich wusste halt, dass ich sehr, sehr gut vorbereitet war. Und dann denke ich, darf man da schon auch selbstbewusst und optimistisch an so einen Tag rangehen oder? Ja, ich glaube nicht, dass es einem unbedingt im Weg steht, dann so positiv zu denken. Ich glaube, ich hatte in dem Bezug auch mal ein Buch gelesen über die afrikanischen Läufer, die sowieso per se immer so rangehen, dass die gewinnen werden. Egal, ob das jetzt völlig unrealistisch ist oder nicht. Was natürlich nochmal ein bisschen anders ist, aber allein schon dieses Mindset wahrscheinlich da auch dazu beiträgt. Und das sieht man ja auch bei den Morrigern. Ja, genau. Und bei vielen afrikanischen Läufern ist es aber von dem, was ich so gehört habe, auch so, wenn es dann halt schlecht lief, so what, dann lief es halt schlecht. Beim nächsten Mal gehen sie im Prinzip wieder mit der gleichen Einstellung an den Start und probieren es halt auch wieder. Klar, manchmal denkt man sich, warum laufen denn die Leute jetzt hier bei Weltrekord Pace an, bei Kilometer 15. Völlig unrealistisch. Aber ja, manchmal kann es ja auch klappen. Aber das ist, glaube ich, auch recht von Person zu Person sehr individuell. Für den einen mag das gut funktionieren, für den anderen nicht. Man muss aber auch schon eine ganz gute Balance finden, glaube ich, zwischen eben dieses, wie soll man es sagen, aufgeregt sein, hyped sein. Aber auch so ein bisschen, ja, ein bisschen Demut, glaube ich, schadet auch nicht. Also die gute Mischung macht es, wie so oft. Ja, auf jeden Fall, was mir, also was ich halt wirklich krass fand, ist halt, dass man wirklich von diesen Gustav Iden und Christian Blumenfeld so krasse Leistungen halt auf einmal aufgepoppt sind. Und das ja schon so eine Art Game Changer ist, wo jetzt letztendlich die Szene, sagen wir mal, ihr euch auch so ein bisschen daran orientieren müsst, auch wenn man sich vielleicht nicht direkt mit denen quasi so vergleicht. Trotzdem ist es natürlich ein Game Changer. Und was natürlich auch ein Game Changer ist, so ist zumindest meine Wahrnehmung, ist dieses ganze Social Media Game im Triathlon. Ich bin deshalb 2014 dabei, natürlich nur auf Hobby-Ebene. Aber ich habe wirklich den Eindruck, dass sich da sehr vieles bewegt. Sagen wir mal jetzt die Livestreams. Man kann die mittlerweile live verfolgen. Gefühlt hat jeder Profi oder zumindest immer mehr jetzt auch ein professionelles Auftreten. Du produzierst ja auch sehr, sehr fleißig Content. Und es ist natürlich so, dass gerade auch in der Corona-Zeit da irgendwo auch Bühnen ausgeblieben sind. Also da war jetzt halt nicht nur die Performance auf der Straße gefragt, sondern eben auch andere Skills. Und wahrscheinlich hast du ja auch so ein bisschen die Erfahrung vom Laufsport, dass so gerade dieses Social-Media-Ding, ich glaube, du hattest es auch mal in Potosk erwähnt, dass es tendenziell für die meisten eher anstrengend ist oder auch vielleicht auch ablenkend. Nicht jeder ist natürlich dafür so gemacht. Und ich kann mir eine Antwort vielleicht auch schon denken. Trotzdem würde ich dich gerne mal fragen, ob du eher frustriert bist, dass nicht das pure Leistungskriterium zählt, wenn wir jetzt wirklich mal die deutsche Trittungsszene nehmen und so wie zumindest das die Außenwahrnehmung ist. Oder ob du vielleicht auch eher dankbar bist, dass man ja auch medial wirklich gut aufgestellt sein muss und eben dieses Sponsoring-Ding und alles, was da so drum und dran dazugehört, auch erfüllen zu können? Naja, ich glaube, dass wir gerade in Deutschland schon eine sehr, sehr gute Qualität, sowohl im Männern und jetzt aber auch echt immer mehr auch im Frauen Langdistanz-Triathlon, wir sprechen jetzt erstmal über die Langdistanz, glaube ich, bei über alle andere würde ich mir jetzt auch nie irgendwie eine Einschätzung wagen. Also da ist die Qualität schon mal hoch, was das Sportliche angeht. Und wenn man jetzt mal schaut, ich meine, der größte Name, den wir haben, ist sicherlich Jan Frodeno. Und da würde ich, könnte man jetzt mal drüber streiten, ob seine Instagram-Strategie da jetzt irgendwie, ja, also da würden wahrscheinlich einige Social-Media-Agenturen die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, aber seine Sponsoren, glaube ich, ist denen halt egal. Er ist halt einfach der mehrfache Hawaii-Gewinner, Olympiasieger, natürlich auch irgendwie ein sehr gut zu vermarktender Athlet. Also von daher, glaube ich, so, wenn man total in die Spitze reinschaut, dann zählt da die sportliche Leistung schon noch sehr, sehr viel. Ja, wahrscheinlich je weiter man runterguckt, muss man halt dann schauen. Klar, irgendwie so, wenn ich Gespräche führe mit Sponsoren oder mit Interessenten, dann ist natürlich auch immer die, die Reichweite irgendwie ein Punkt. Aber genau, das reicht natürlich auch nicht allen. Manchmal versteht man es auch nicht ganz, was jetzt wo, wie erwünscht ist. Aber ja, ich glaube, es ist einfach so eine, so eine Mischung, die, die es dann macht. Außer wenn du, wie gesagt, Hawaii gewinnst und Olympiasieger bist. Muss ein deutscher Triathlon-Profi dann auch irgendwie Social-Media-Influencer sein oder auch das irgendwie können? Also wenn man jetzt die Deutsche mit den, einer hat das immer in deinem Triathlon, mit deinem Q&A in YouTube, man hat das mal gesagt, irgendwie der deutsche Mittelbau im Triathlon. Ja. Muss der das drauf haben? Ich glaube, es schadet nicht und in Deutschland ist ja auch irgendwie das Wort Influencer total negativ behaftet, habe ich das Gefühl. Ja, völliger Quatsch. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Also ich glaube, wenn man in die USA schaut oder in den englischsprachigen Bereich schaut, Lucy Charles macht das extrem gut, total glaube ich die größte Reichweite aller Triathletinnen weltweit. Finde ich, macht total sympathische, ehrliche YouTube-Videos, gibt da schöne Eindrücke in ihren Trainingsalltag. Und also ich finde, sie handelt das zum Beispiel total gut, schafft es halt da dann auch total irgendwie die Community mitzunehmen. Hier immer mit diesem Zöpfer flechten vor den Wettkämpfen, das kommt ja auch irgendwie dann, also scheint wirklich sehr, sehr gut anzukommen. Das ist zum Beispiel so eine Athletin, finde ich, die da natürlich raussticht. Lionel Sanders macht das ja auch schon irgendwie lange mit den Videos. Dann jetzt ja auch irgendwie ein sehr lauter Athlet mit Sam Long. Im englischsprachigen Bereich haben wir wahnsinnig viele, auch von wirklich guten Athleten, die irgendwie eigene Triathlon-Kanäle haben. Und ja, man darf halt auch nicht vergessen, du bleibst, bist halt dann unabhängig als Sportler auch. Ich meine, du musst nicht irgendwie hoffen, dass eine Zeitung berichtet oder dass sich Tremac bei dir meldet oder auch nicht, um irgendwie eine Reichweite zu können, um berichten zu können, sei es über den Verfassungen, also über die Fitnessverfassung oder ja, keine Ahnung, neue Sponsoren. Sondern du kannst halt selber in die Hand nehmen, worüber du berichten möchtest. Und ja, ich glaube, das ist schon ein großer Vorteil. Ja, und wie ist es dann deine, also wenn du jetzt nur quasi auf dein eigenes Herz hörst, würdest du es dann so wollen, dass eher wirklich das pure Leistungskontorium zählt oder bist du, nur jetzt aus deiner Sicht gesprochen, wirklich bist du froh, dass du halt auch so ein bisschen drumherum bauen kannst, dass du eben doch irgendwie so deine eigenen, deine eigene Brand aufbauen kannst, dass du auch irgendwie damit reinspielst oder für Zeit hast. Ja, mir macht das ja auch total Spaß. Also das ist jetzt für mich, also klar, es ist Arbeit, es sind schon auch einige Stunden in der Woche, die da reinfließen, Kommentare beantworten, wobei ich da im Moment wirklich keine Vorbildfunktion bin, aber filmt und schneidet sich ja auch nicht alles von selber. Also es sind schon ein paar Stunden Arbeit, die da auch reinfließen, aber es ist trotzdem irgendwie, also ja, es ist für mich unterm Strich eine positive Sache. Deswegen finde ich es auf jeden Fall gut, ja. Ja, ja, und die Leute, also wenn man deine Community verfolgt, da ist ja wirklich eine rege Anteilnahme. Du wirst dich, kannst dich ja eigentlich kaum vor Fragen gar nicht retten, wenn du alles beantworten wollen würdest. Ja, und total, also muss man auch mal dazu sagen, eine total positive Community auch, oder ich weiß auch nicht, was, ja, Community ist, glaube ich, kein schlechtes Wort, weil Fans oder Follower ist immer ein bisschen, ist mir immer ein bisschen zu passiv, zu einseitig, weil mir fällt es natürlich auch einfacher, Videos zu produzieren und Material zu produzieren, wenn ich weiß, was sozusagen das Gegenüber interessiert. Und ja, von daher muss man auch echt mal sagen, total positiv. Klar gibt es immer die einen oder anderen, die irgendwas doof finden, aber damit muss man leben. Aber unterm Strich bin ich da wirklich sehr, sehr dankbar, dass es immer so positiv ankommt. Kann ich mich echt nicht beschweren. Ja, das ist interessant. Und also nochmal zurück zu der deutschen Szene. Ich habe mir da einen kleinen Gedanken von deinem Co-Host Max geklaut und zwar hat er, glaube ich, bei Larrasch geschrieben, dass er oder seiner Meinung ein Profi, das war natürlich adaptiert auf den Laufsport, da müssen drei Kriterien erfüllt sein. Das ist einmal, dass man den Fokus auf den Sport hat, im besten Fall natürlich dann irgendwie kein Nebenjob, so zumindest im Optimalfall, dass man kompetitiv ist und natürlich auch damit letztendlich dann Geld verdient. Wie ist denn deine Einschätzung, wenn du diese drei Kriterien hörst, wie würdest du dich da einordnen? Ja, also ich finde insgesamt so immer dieses Wort Profi-Triathlet oder so. Ich weiß auch nicht, ich kenne das auch vom Laufen her gar nicht. Ich habe auch früher nie gesagt, ja, ich bin Profi oder so. Aber das ist doch spannend. Also wie würdest du das für dich definieren oder wie siehst du dich da? Das ist ja ein Job so letztendlich, nicht? Ja, genau. Wahrscheinlich wäre es am besten, ich würde sagen, ich arbeite in der Unterhaltungsindustrie und mit dazu gehört, dass ich halt Triathlon auch noch mache und darüber berichte, weil ich glaube, das würde es schon, das würde es schon auch ganz gut beschreiben. Ich bin jetzt allein deswegen schon nicht so ein klassischer Profisportler, wie sich das vielleicht viele vorstellen, weil ich halt nicht zu 100 Prozent mein Geld nur damit verdiene, sondern halt auch noch andere Sachen nebenbei machen muss, um über die Runden zu kommen. Hier in der Trainingsgruppe habe ich schon mal gewitzelt, ich bin halt ein Teilzeitpro und das sind glaube ich aber ganz viele Prinzipien. Aber ja, dazu kommt halt noch dieses Aufhängen immer. Ich bin jetzt Triathlon-Profi, irgendwie, mich nervt das auch teilweise, weil am Endeffekt sollen sie halt einen Startschuss machen, wieder diese Wellenstarts abschaffen bei Ironman und so, einen Startschuss machen. Und wer halt dann als erstes ins Ziel kommt, der hat halt gewonnen. Und wer Fünfzehnter ist, der ist halt Fünfzehnter, ob er sich jetzt dann Triathlon-Pro nennt oder nicht, muss dann ja jeder irgendwie für sich selber entscheiden. Klar, das geht aus verschiedenen Gründen nicht, wegen Anti-Doping-Regelungen und so weiter und so fort. Aber ja, immer die Debatten drüber, wer jetzt als Pro zählt und wer nicht, dies, das, ja, das finde ich irgendwie ein bisschen, finde ich ein bisschen langweilig. Am Ende sind halt manche Leute schneller auf einer Triathlon-Lange-Distanz und als andere, da herauszufinden, wer der Schnellste ist, so, das interessiert mich. Das ist spannend. Und das ist, genau, das ist auch gar nicht so gemeint, dass man halt irgendwie Leute einstufen will, so, aber es ist ja auch immer spannend zu hören, wie der Profi oder der Athlet das halt selber sieht, nicht? Weil daraus ergeben sich ja wieder andere Sachen. Beispielsweise, wenn du sagst oder sagen würdest, du hättest jetzt nicht den Fokus auf den Sport, weil du x, y, andere Sachen machst, entsteht dadurch vielleicht, weiß ich nicht, Stress, Druck, daraus ergeben sich ja auch wieder Konzepte, so, nicht? Und das ist ja das Spannende dabei und, ich weiß nicht, tauscht man sich da zum Beispiel irgendwie in der Szene so aus beim Wettkampf oder bist du da in Kontakt oder ist es eher so, dass, nee, wenig, würde ich sagen. Beim Wettkampf irgendwie bin ich immer so fokussiert und, oder warst irgendwie so im Tunnel da, hast du dann für sowas nicht so Zeit und dann bin ich jetzt auch nicht jemand, der in Lanzarote in den richtigen Hotels abhängt, um da viele Leute zu treffen, sondern nachher irgendwie mein eigenes Ding mit, ja, genau, mit meiner Gruppe hier oder mit meinem Umfeld und bin damit aber auch ganz, ganz zufrieden. Man sieht es ja, ich meine zum Beispiel Franz Löschke, der da ganz schön zu kämpfen gehabt scheinbar, hat es ja auch öffentlich gemacht und darüber gesprochen, dass er irgendwie aufhören müsste, wenn er nicht jemanden findet, der da gewisse Lücken schließt, was so das Finanzielle angeht, zumindest habe ich so verstanden, genau, und wenn man dann das ein oder andere Gespräch hat, hat er mal mit Sponsoren, dann weiß man ja auch so ein bisschen, was für Gelder da fließen und dann kann man, ist es auch, glaube ich, kein Geheimnis, wenn ich jetzt dir sage, das ist auch dann auf dem Niveau, auf dem ich bin, da kannst du nicht, nicht viel zurücklegen, also da musst du dann schon noch überlegen, wie du deine Altersvorsorge gestaltest, also. Da muss man dann jeden Jahr, jedes Jahr den Henschel-Business-Plan nochmal anpassen, sozusagen. Da muss man in die richtige WhatsApp-Gruppe kommen, ja, genau, und verschiedene Businesses aufziehen. Okay, ja, also auf jeden Fall merkt man natürlich, klar, mit, du hast es ja erwähnt, Franz Löschke, da das Struggeln auf jeden Fall einige, probe ich es nicht, ich habe das auch verschiedentlich schon aus der Kurz-Distance-Szene gehört, dass da auch gerade so, um nochmal auf dieses Social-Media-Game zu kommen, dass da es eher so als lästiges Beiwerk angesehen wird. Kann ich auch voll verstehen, also, ich merke es auch jetzt, ich bin jetzt irgendwie in der dritten, oder die Hälfte der dritten Belastungswoche, bin irgendwie so dauermüde und dann jetzt sich irgendwie hinzusetzen und zu überlegen, okay, wann kriege ich jetzt wieder einigermaßen gute Aufnahmen vom Training her, was könnte dann zusätzlicher Inhalt sein, wenn man ja auch nicht das fünfzigste Mal auf der Rolle irgendwie was in die Kamera nur einsprechen möchte, das ist ja dann selber auch zum Schneiden irgendwann fahrt, ich muss das ja auch immer angucken, bevor ich es hochladen kann. Das schlaucht schon auch, ne, also am liebsten wäre es mir auch, ich hätte einen Kameramann und einen Cutter oder Frau und könnte das in andere Hände geben und das noch so ein bisschen vielleicht leiten oder lenken, wie das so ausschauen soll am Ende, da hätte ich jetzt auch nichts dagegen, aber das unterscheidet dann, glaube ich, und jetzt nochmal ganz kurz zu diesem Pro-Thema, ich glaube, das unterscheidet halt vielleicht so eine zwei, drei Hände voll Athleten, die damit richtig Asche machen, von fast allen anderen und die ganz großen Jungs und Mädels, die können sich das halt leisten und die können dann da auch Leute anstellen, was wiederum natürlich für eventuell besseren, aber auf jeden Fall mehr und regelmäßigeren Content sorgt, was natürlich weiter auf deren Kanäle irgendwie einzahlt, wenn die das dann wollen, klar müssen sie auch, manche einfach nicht, genau und alle anderen müssen halt irgendwie so ein bisschen schauen, wie sie das dann selber über die Bühne bekommen. Ja, klar, aber ich kann auch jeden verstehen, der sagt, ich habe wirklich keinen Bock, irgendwie mein Gesicht vor eine Kamera zu halten und dann da rein zu reden, also wirklich kann ich vollkommen nachvollziehen. Ja, du, genau, jetzt hast du es ja schon angesprochen, dass man das dann auch in andere Hände gibt, ob das dann nochmal jetzt noch hochwertiger oder besser ist, lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Das ist natürlich aber schon ein großer Unterschied jetzt zu anderen Pros, jetzt nehme ich nochmal das Wort, dass du es irgendwie auch. Wir kriegen das nicht los hier, das Wort. Nee, nee, dass du das auch alles selber machst, nicht? Also das ist ja auch irgendwo Fluch und Segen zugleich. Also du bist ja dann quasi auch noch dieser Content Creator, wie man so schön sagt, du bist dann auch noch Co-Podcast Host. Ich habe noch gelesen, du bist sportlicher Leiter auch noch ein bisschen bei der LG Bamberg, nicht? Bei der IFA, Non-Stop Bamberg, genau. LG Bamberg ist der Laufverein, genau, da bin ich nur Mitglied und genau, ich bin sportlicher Leiter der Interessensgemeinschaft für Ausdauersportarten, Non-Stop Bamberg. IFA Bamberg. Dann habe ich gelesen, dass du auch noch... Ist kein allzu zeitintensiver Post, muss man ehrlicherweise dazu sagen. Ja, aber ist auch wieder ein Titel, sage ich mal, der ja auch ein bisschen Zeit abverlangt. Dann habe ich gelesen, dass du auch noch kleinere Nebenjobs hast, also auch Content-Marketing-Projekte. Ich habe gesehen, du hast ja auch in der Corona-Zeit bei LinkedIn hattest du gepostet, dass du eben auch die Bamberger Unternehmen unterstützen möchtest und da auch kostenlos so einfach Social-Media-Sachen ein bisschen anbietest. Ja, das war ganz lustig. Wie kam es denn dazu? Also das ist ja mega cool, aber auch eine Frage der Zeit einfach, nicht? Ja, genau, aber Zeit hatte ich eigentlich in dem, da in einer gewissen Phase, weil insgesamt nicht so viel los war. Klar, Training halt, aber da wäre schon irgendwie was gegangen. Unternehmen und die Idee war halt, ich meine, es gibt so ein paar interessante Unternehmen, Läden, Restaurants, Brauereien und so weiter und so fort hier in Bamberg. Von manchen weiß ich es auch, die sind halt einfach nicht so gut aufgestellt oder haben da kein Material, würden es aber gerne machen und mit dem Wissen im Hinterkopf habe ich mir gedacht, okay, ich schicke das einfach mal so in den Raum und schaue mal, ob irgendwas passiert ist, aber eigentlich kaum was draus geworden, was mich ein bisschen überrascht hat. Hat sich keiner gemeldet, großartig? Nee, zwei, drei Gespräche habe ich dann geführt, aber wie gesagt, da ist dann nicht groß was draus geworden, aber ja, genau, das war so ein bisschen die Idee, da dann Leuten zu helfen. Also du hast quasi, wenn du sagst, Teilzeit, dann machst du nebenbei, hast du auch noch neben deinem Coaching, was du ja auch noch mit der, ich glaube, Hanna zusammen hast. Ja, genau. Du hast es ja auch in deinem Q&A vor kurzem gesagt, so 10 bis 20 Stunden, bist du quasi auch noch nebenberuflich unterwegs und das musst du natürlich dann irgendwie auch von der Trainingszeit ein bisschen abziehen, ne? Ja, genau, da ist das Coaching aber schon mit dabei, ne? Ja, okay. Genau, dann variiert es total. Ich meine, wenn ich einen Auftrag habe für ein Videoprojekt und das dauert halt mal irgendwie 10, 20 Stunden, dann ist vielleicht auch mal eine Woche, wo ich irgendwie, keine Ahnung, vielleicht mal 30 Stunden arbeite, plus Training dann noch dazu, aber ja, irgendwie so 10 bis 20 Stunden. Kennst du eigentlich die Idee des Grundeinkommens? Ja, finde ich auf jeden Fall, das ist eine gute Idee. Bedingungsloses Grundeinkommen, mal angenommen, du würdest jetzt eins beziehen. Da kommt jetzt ein Anruf, Felix, du bekommst jetzt zwölf Monate lang das bedingungslose Grundeinkommen, 1500 Euro netto auf die Kralle. Würdest du dann weniger Content produzieren oder würdest du es ungefähr auf dem Level lassen? Nö, ich würde nicht weniger Content produzieren, nee. Ich müsste ja neben den finanziellen gewinnen, die ja dadurch auch entstehen oder entstanden sind, gibt es mir ja trotzdem auch was, wirklich das Feedback zu bekommen von Leuten, dass es Motivation ist, die Videos anzuschauen, dass sie jetzt irgendwie dann eigentlich total unmotiviert schon auf dem Sofa saßen, aber dann doch nochmal zum Laufen gegangen sind. Ich meine, solche Nachrichten erreichen mich ja dann auch teilweise über YouTube oder Instagram oder natürlich noch cooler, wenn man die Leute bei Wettkämpfen trifft und wenn man da, ja, einfach so, ja, finde auch einfach nur für Unterhaltung sorgen kann, aber halt irgendwie über eine Sportart, die ich gut finde, dann freut mich das einfach auch. Ja, deswegen, auch wenn ich jetzt, keine Ahnung, 50.000 Euro Grundeinkommen im Monat bekommen würde, will ich jetzt trotzdem noch weiter Videos produzieren, ne? Ja. Aber dann vielleicht eher... Aus der Goldbadewanne, aber... Ja, natürlich, das ist sowieso. Und dann aber die anderen Nebenjobs eher kappen noch oder würdest du sagen, es ist alles so cool und ich bin happy über die 1.500 Euro und ja, so what? Ja, das ist jetzt eine schwierige Frage. Ich kann jetzt ja meine Athleten auch nicht einfach vor die Tür setzen, ne? Nö, nö, das macht mir aufhörig. Nö, ich meine gar nicht mal die Athleten, aber wenn du sagst, du machst auch oder hier und da auch nochmal da ein Videoprojekt, was extern ist. Jetzt, ich meine jetzt nicht deine... Ja, würde ich wahrscheinlich dann schon runterfahren, ja. 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 Ist ja auch nur allzu verständlich, aber ich meine, das ist ja auch so die Grund... Die Zeit ist auch irgendwann begrenzt einfach noch. Ja. Das ist sowieso die Frage, wie du das überhaupt machst. Also, wie ich das schon erst aufgezählt habe, da sind ja einige Titel dabei, die du quasi, die man dir anhängen könnte. Das ist... Der Tag hat ja nur 24 Stunden, also absolut legitim. Ist ja auch so, die ersten Ergebnisse, ich meine, da kommen jetzt immer mehr Studien, dass halt immer mehr so dieses Bild sich nachskizziert, dass eben die Leute nicht faul werden, sondern eher halt wirklich kreativ werden und auch sich da weiter verwirklichen können und eben auch so diese Intentionen mit diesen eigenen Projekten, was du ja auch machst und verfolgst, dann auch einfach vielleicht auch sogar auf die nächste Ebene heben können oder zumindest mal auf jeden Fall weitermachen, weil das ja so eine intrinsische Motivation ist. Ja, und das ist, denke ich, total wertvoll. Ich meine, das ist ja ein sehr politisches Thema jetzt. Ich glaube, es würde schon auch irgendwie Sinn machen, wenn man gewisse Anforderungen damit verknüpft, was so das Soziale angeht. Aber ich weiß nicht, was du gemacht hast, ich habe halt Zivi gemacht. Das hat mir schon auch, war auf jeden Fall eine gute und auch eine lehrreiche Zeit. Ich glaube, das macht schon Sinn, da irgendwie anderen Menschen was zurückzugeben, in Anführungsstrichen, wenn man so mal sagen möchte, oder sich zu kümmern. Ja, da fällt mir auch dann noch eine Anekdote an. Der Rick Zabel hat ja auch einen Podcast, Profiradsportler, und er hatte, glaube ich, mal gemeint, dass so, er braucht es halt auch, deswegen hat er ja zum Beispiel den Podcast gestartet und macht nebenbei so kleinere Content-Projekte, weil es einfach zu wenig, sonst ist es einfach zu langweilig, der Sport. Und er hat natürlich auch Zeit, wenn er irgendwie nach dem Mittag dann schon fertig ist. Ist natürlich jetzt beim Triathlon nochmal ein bisschen ein anderes Thema, weil man wahrscheinlich sogar noch mehr trainiert. Ja, aber wahrscheinlich geht dir das auch so nicht, dass du es... Also wegen der Langeweile habe ich das nicht gemacht, muss ich sagen. Und ich glaube aber, ich kann mir fast vorstellen, dass Rad Sportler, wenn man jetzt die Trainingsstunden sich anschaut, eigentlich fast sogar mehr trainieren als Triathleten, oder? Ich bin aber jetzt auch nicht derjenige, der die meisten Stunden überhaupt hier in dem Business trainiert, eher im Gegenteil. Ja, Stichwort Coach Teller, da kommen wir auch nochmal gleich zu. Ist natürlich auch höchst spannend. Stichwort nochmal... Stichwort nochmal Intention, Felix. Du hast ja gesagt, dass du auch zeigen möchtest, so halt, klar, Daily Life und auch der Struggle, dass halt auch mal irgendwas nicht so gut läuft. Du hast ja auch mal von... In einem Video hattest du es auch mal sogar thematisiert, dass du eben auch, klar, logischerweise manchmal demotiviert bist. Gerade wenn man jetzt so viel Content raushaut, fällt es auch hier und da auch schon mal auf, dass du auch manchmal so ein paar Tage zum Beispiel keinen Input raushaust bei Instagram, was jetzt gar nicht wertengemeint ist, aber kann ja natürlich auch da die Lebensumstände sein, nicht? Das trägt ja auch alles dazu bei, dass man halt mal weniger Zeit hat. Mich würde interessieren, wie gehst du so mit der klassischen Frage jetzt zu kommen, mit der fehlenden Motivation um dir immer auftauchen wird, weil, ich meine, du musst ja an sich nicht trainieren, auch wenn es irgendwo ja... Möchtest du dich Motivation, das Training zu machen oder irgendwie... Genau, also wenn du jetzt sagst, Content oder sonst was zu produzieren. Du stehst jetzt zum Beispiel auf, hast jetzt 4000 Meter Schwimmen auf dem Plan, du weißt danach, gehst du drei Stunden auf die Rolle, musst es ja theoretisch nicht machen. Also guckt da jetzt keiner über die Schulter, weil du ja nicht ins Büro gehst und da deine Stunden abliefern musst. Aber du hast gerade gesagt, wenn du aufstehst, wenn ich aufgestanden bin, hast du ja schon gewonnen. Dann ist schon das Schwierigste erledigt. Wenn ich aus dem Bett bin, dann... Dann ist es bei dir, dass der Schalter umgelegt ist? Ja. Okay, das ist krass. Also okay. Also wenn ich einmal aufstehe, dann wird es auch gemacht. Also dann ist es bei dir nicht so, dass du, dann machst du dir einen Kaffee und dann scrollst du nochmal im Insta-Feed. Das gibt es dann eher nicht. Nee. Das lässt dich da ablenken bei YouTube und Co. Nö, eigentlich nicht. Also ich stehe auf und... Also ich kann das ja einfach mal so, wie mein Tag abläuft. Ja, sehr gerne. Einfach mal sagen, also ich... Der Wecker klickelt um 6 Uhr. In letzter Zeit bin ich ab und zu auch mal ein bisschen kurz vorm Wecker wach. Das ist natürlich dann maximales Pech, aber kann man dann auch nicht ändern. Dann bin ich um 6.30 Uhr am Schwimmbad und zwischen 6 Uhr und 6.30 Uhr muss ich dann auch hinfahren, irgendwie so 8 bis 10 Minuten. Und das heißt, ich gehe in der Früh aufs Klo, trinke meine AG1 von Athletic Greens, ne? Shameless Plug. Und genau, schnappe mir den Rucksack, den ich am Abend davor schon gepackt habe, mit den Schwimmsachen. Oder greife zumindest eine trockene Badehose, wenn die vom Abend davor noch feucht ist. Und dann geht es los und das ist wirklich, also wenn man dann einmal irgendwie im Auto sitzt auf dem Weg zum Schwimmbad, dann hat man eigentlich schon gewonnen. Klar ist es mal so, dass du dann denkst, oh jetzt irgendwie 12 mal 200 und dann beim vierten denkst du dir, oh nein, jetzt habe ich erst vier Stück, noch acht. Oh mein Gott, was soll ich machen? Aber ja, dann muss man sich halt irgendwie selber verarschen. Dann muss man halt sagen, naja, jetzt mach ich jetzt erst mal zwei plus sechs. Dann haben wir jetzt die Hälfte, ist ja schon mal gut. Naja, dann machst du jetzt mal nochmal zwei, dann hast du acht plus nochmal ein Drittel von dem. Ja, also irgendwie kriegt man sich dann schon dadurch motiviert. Also das, es kommt wirklich sehr, sehr selten vor, dass ich eine Einheit wegen Unmotivation nicht gemacht habe. Also kann ich mich jetzt wirklich in den letzten zweieinhalb Jahren nicht dran erinnern. Ich hoffe, ich habe jetzt, oder ich habe einfach die Sachen, wo ich es dann nicht gemacht habe, habe jetzt einfach ausgeblendet. Genau, ausgeblendet. Genau, nee, aber passiert wirklich sehr, sehr selten. Es gibt da ja die, quasi wenn man das jetzt mal psychologisch betrachtet, gibt es ja dann auch so diesen Ansatz der Cappuccino-Strategie, dass du, wenn du sagst, irgendwie bist total demotiviert, dann sollst du dir das Endergebnis, das Endziel vorstellen, wie du dir eben diesen schönen Cappuccino zelebrierst, zu Hause an deiner Barista-Maschine. Ich ertappe mich ganz oft dabei, dass es mir einfach, dass alles völliger Quatsch ist und man sich einfach nur durchkämpft und dieses ganze Psychologische dahinter, diese Erfolg-Strategien nicht wirken, aber ist wahrscheinlich auch der Sache des Trainings. Ja, naja, also was ich schon, also beim Schwimmen ist halt immer so, da denke ich mir dann immer, wenn ich dann, also wenn ich es hingeschafft habe im Schwimmbad und ich habe dann irgendwie Probleme, dann denke ich mir, naja, jetzt bist du im Wasser, jetzt bist du hierher gefahren, hast Eintritt gezahlt, macht jetzt keinen Sinn hier irgendwie tausend Meter rumzueiern und dann eine dreiviertel Stunde zu duschen, dass mir dann auch die Zeit zu schade, die ich ja dann auch irgendwie weg bin, ich bin ja auch dann früh aufgestanden, hätte ja sonst theoretisch auch ausschlafen können, das wäre dann wahrscheinlich effektiver, als dann nur irgendwie tausend Meter rumzueiern. Also da gibt es dann schon genügend Gründe, warum, wenn man schon angefangen hat, es dann auch gescheit machen, also es gibt viele Gründe, es dann auch gescheit zu machen, daran wollte ich mit dem Satz. Ja, nee, also von der Cappuccino-Methode habe ich jetzt auch noch nichts gehört. Ja, ich sage mir dann auch immer, ich meine, genügend andere Athleten trainieren halt jetzt auch, ne, und wenn ich jetzt nichts mache, dann kommen die ja entweder von hinten näher oder von vorne noch weiter weg, das will ich vermeiden. Stimmt. Ja, aber man darf es auch nicht vergessen, es sind auch, man denkt ja immer, ne, oh, man ist jetzt irgendwie die krasseste Person auf dem Planeten und dann setzt man sich ins Auto oder geht irgendwie zum Krafttraining über die Straße und um Gottes Willen, da sind ja schon Leute im Auto unterwegs, da arbeiten ja schon, da ist ja schon Licht bei der Bäckerei. Da leben ja schon welche, ja, stimmt. Genau, ganz so krass ist man dann doch nicht mehr. Ja, das Stichwort Coach Teller ist schon mal gefallen. Ich denke mal, bei allen oder den meisten Hörerinnen brauche ich das jetzt nicht mehr groß erklären, wer das ist. Stichwort Motivation. Ich habe mich gefragt damals, du hattest ja deine erste Leistungsdiagnostik Ende 2019 war die, glaube ich. Ich kann mich noch relativ gut an das Video erinnern und du hast es natürlich in deiner authentischen und souveränen Art wegmoderiert. Ich habe mich aber trotzdem gefragt. Das Lob, meinst du? Ja, ja, genau. Ich habe mich dann trotzdem gefragt, ob da nicht auch irgendwo die Motivation danach, wo die Kamera aus war, erst mal komplett weg war. Weil letztendlich wurde ja erst mal gesagt, Junge, das wird hier, so wird das nichts. So wird das nichts. Ja, genau. Kann man ja ganz kurz für die Zuhörerinnen sagen. Also mein Trainer, Dr. Sebastian Zeller, seit November 2019, habe ich mich dann hilfesuchend zu ihm gewendet. Und dann wurde ich da nach Köln gelockt, um die erste Leistungsdiagnostik zu machen und hatte, glaube ich, irgendwie eine 64er V2 Max. Genau. Und dann hat halt Herr Dr. Zeller gesagt, ja, das ist nicht konkurrenzfähig. Nicht konkurrenzfähig, genau. Nee, also die Motivation war auf gar keinen Fall weg. Ich würde jetzt auch nicht sagen, im Gegenteil, natürlich war so, okay, so schlecht hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich bin, aber... Ja, ja, das ist ja das eine, aber das andere ist ja dann, wenn dir nochmal eine externe Person, die ja noch eine Koryphäe oder eine Autorität ist in dem, was er macht, wenn die dir dann sagt, dass das eben so ist, dann wäre es ja legitim, wenn jemand sagen würde, du Alter, nach, da habe ich mir aber wirklich hier die Existenzfrage gestellt, so nach dem Motto, oder war zumindest mal ein paar Stunden oder Minuten demotiviert. Also das wäre ja ich weit hergeholt. Ja, aber in dem Moment selber haben wir einfach darüber gesprochen, wie wir davon möglichst schnell wegkommen. Ja, ja, aber zu Hause dann danach, wo du ja quasi, sage ich mal, bei der Family warst, im Privaten, da rattert es doch dann erstmal, oder? Nö, das heißt dann, also los geht's. Okay. Nee, also, ich weiß, es bringt dir jetzt nichts, bloß weil jetzt die Leistungsdiagnostik schlecht gewesen ist, dann zu sagen, ah, nee, also ich, also erstens, man darf ja jetzt auch nicht vergessen, wenn du zu so einem Trainer gehst, so ein bisschen hat der ja auch Bock, dann da Erfolg zu haben, so, deswegen allein, dass wir dann, dass wir zusammengekommen sind, hat mich schon gefreut und hab da auch von der ersten Minute an Vertrauen gespürt und war dann da trotzdem irgendwie ganz guter Dinge klar, waren jetzt die Leistungsdiagnostik-Ergebnisse irgendwie nicht so toll, aber es sind halt auch nur Leistungsdiagnostiken, es waren keine Wettkämpfe und ich hatte ja davor auch schon zumindest den ein oder anderen ganz guten Wettkampf, zumindest auf der Mitteldistanz, habe auch den ein oder anderen ganz guten Lauf am Ende von der Mitteldistanz hinlegen können und hatte da schon irgendwie so ein bisschen ein Urvertrauen, wenn man so nennen möchte, dass es schon werden wird, genau. Und ich meine jetzt so im Nachhinein ist es natürlich irgendwie so eine, die total coole Story auch dann gewesen. Total, es ist die Norweger Story, im Kleinen, kann man sagen. Ja, weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall wurde halt klar gesagt, so wird das nichts und dann hat es halt irgendwie über die anderthalb Jahre bis rot gedauert, bis es halt dann doch was wurde und da gab es natürlich noch viele Zwischenstationen, aber ich denke, da haben wir einfach am Anfang von diesem gemeinsamen, von dem Start der Zusammenarbeit gesagt, okay, so ist es, wie schauen wir, dass wir uns weiterentwickeln können und das macht ja im Prinzip jeder in dem Sport, den wir betreiben, halt in seinen eigenen Bereichen und das ist glaube ich eine Sache, die dann hoffentlich auch den einen oder anderen oder die einen oder andere auch motivieren kann. Also man sieht ja auch bei Sebastian da die Leidenschaft, wenn man da den Content verfolgt, die Videos, dass der da auch wahrscheinlich wie alle Trainer, aber auch einfach richtig Bock hat, so nicht da mit denen zusammenzuarbeiten. Ich glaube, was sich viele immer gar nicht vorstellen können und mich eingeschlossen, wie kommt es denn eigentlich zu so einer Zusammenarbeit? Ich meine, klar, theoretisch sagt man, man geht zum Coach und sagt, ich möchte bei dir trainieren, aber war das bei euch auch so oder gibt es, entsteht sowas durch Kontakte? Wie kam es dazu? Wir haben uns zufällig mal in einem ganz anderen Rahmen, also auch mit sportlichen Connection kennengelernt. Lass mich raten, ich weiß es. Bei der Pushing Limits Crater Summit geht es ja so. Genau, ja, genau da sind wir uns das erste Mal dann persönlich begegnet und hatte ich eigentlich irgendwie, waren gute Vibes und ja, genau, dann, ich weiß gar nicht, woher ich seine Handynummer hatte. Keine Ahnung, habe ich einfach angerufen oder ich habe ihm angeschrieben, ich weiß es nicht. Genau, ja, und dann hat er eigentlich auch gleich gesagt, jo, können wir machen, los geht's. Ja, ich meine, ihr habt ja auch schon Content zusammen produziert, waren deinem Videos, Podcast zusammen. Ist ja auch irgendwo cool, wenn man da auch abseits, jetzt sage ich mal, der V2Max-Werte da irgendwie auch gemeinsame Sachen teilt und das einfach auch so zusammen, ob ein ganzheitlich irgendwo Spaß macht wahrscheinlich einfach auch. Ja, auf jeden Fall, ja, doch. Was mir auch aufgefallen ist und das kommt wahrscheinlich über kurz und lang immer so ein bisschen, wenn man sich halt versucht, sage ich mal, zu professionalisieren, ist mir aufgefallen, dass auch natürlich auch hier und da ein paar negative Stimmen kamen. Du hattest ja dein Coaching gelauncht und wie gesagt, das ist jetzt nur die Außenwahrnehmung. Mich interessiert natürlich auch deine Meinung dazu. Du hattest dein Coaching gelauncht und das dann halt verschiedene Kommentare waren, dass es halt zu teuer ist, zu hoch angesetzt für die Leistung. Wie gesagt, keine Bewertung von mir, ist halt nur die Außenwahrnehmung von den Kommentaren gewesen. Und man hat auch gesehen, als du dann angefangen hast, mit deinen Sponsoren zusammenzuarbeiten, halt auch diese klassischen Native Ads, wie man so schön sagt. Du machst es ja sehr authentisch, wie du die Werbung quasi einbindest, Sponsoring, Deals, dass dann natürlich auch dann, wie es halt immer so ist, dann auch Kritik kommt, ja, dass man sich da eben verkauft etc. pp. Ärgert dich sowas, so ein Hate oder ist es eher, dass du damit mehr oder weniger, dass es eher neutral für dich ist und du das einfach so hinnimmst und ganz sachlich kommentierst? Ja, es sind irgendwie zwei ganz unterschiedliche Punkte. Ich meine, so diese Sache, als ich das Coaching öffentlich gemacht habe, dass ich das mache und damit Geld, dafür halt auch Geld verlange. Ja, wenn dann da Leute schreiben, dass es ihnen zu teuer ist oder so, keine Ahnung. Also ist halt dann so. Es gibt halt Leute, die kennen die Wertschätzung, die kennen auch irgendwie so die Mühe und die Zeit und alles, was da reinfließt. Und dann ist es okay, dass sich der ein oder andere dann darüber aufregt. Aber das ist ja auch jetzt echt eine alte Geschichte mittlerweile. Das ist ja schon ein paar Jahre her. Und die andere Sache mit den, mit der Werbung, die ich für meine Partner natürlich auch mache, um natürlich dann dementsprechend auch das Geld zu verdienen. Wer wäre der Partner auch mal? Ich hatte das jetzt nicht gehört. Hast du jetzt vorhin nicht schlecht gehört. Zum Beispiel für Athletic Greens. Ja, also ich sage jetzt mal so, es ist jetzt nicht so, dass ich wach liege. Deswegen, man wundert sich natürlich schon manchmal, dass sich Leute dann über sowas so aufregen. Ja, es ist ja, ich meine, klar, Kritik oder Meinungen sind immer berechtigt. Aber das ist ja auch, also ob man das dann eher, sage ich mal in Anführungszeichen, traurig findet oder dass man auch nicht das, also dass man nicht das Verständnis hat. Also ich bin jetzt nicht wütend darüber. Man wundert sich halt schon, dass jemand sich die Zeit nimmt, ein Video von sich anzugucken kostenlos, um sich dann bei YouTube einzuloggen und dann halt hinzuschreiben, dass ihn Athletic Greens jetzt nervt. Das kann ich nicht ändern. Und das ist einfach das Internet. Keine Ahnung, aber kann ich eigentlich ganz gut. Wie du schon sagst, du produzierst es ja kostenlosen Content, die Leute kostenlos gucken können. Und dass du Werbung schaltest, trägt ja dazu bei, dass du es ja noch weitermachen kannst sozusagen. Ja, ja, genau. Also ich meine, es gibt auch viele, es gäbe ja auch theoretisch andere Optionen. Ich kann ja auch sagen, okay, ich habe irgendwie 13.000 Abonnenten, wenn mir jeder einen Euro zahlt im Monat. So hätte ich auch nichts dagegen, aber das würde wahrscheinlich halt auch nicht funktionieren. Warum nicht? Warum denkst du nicht? Ja, weil halt viele Leute dann sagen, oh nee, warum soll ich jetzt dann Euro dafür zahlen? Ich kriege es doch jetzt auch bisher hier kostenlos oder dann schaue ich es halt nicht mehr. Oder ist ja auch egal, warum. Aber ja, es ist halt einfach so. Es ist immer mehr im Kommen, diese Abo-Modelle, nicht? Dass auch gerade so kleinere Content-Projekte, Podcasts, sozusagen kleine Spendenkanäle haben, wo man sagt, hey Leute, das ist alles kostenlos hier, wenn ihr trotzdem Lust habt, könnt ihr was spenden. Es gibt auch große Formate wie zum Beispiel Polit-Format Junge Naiv, die das schon relativ aggressiv angehen, aber auch eben durch Spenden von halt Usern leben. Wenn man das authentisch macht, ist es natürlich eine Frage, ob es auch einfach die Leute dann auch das annehmen und cool finden. Ja, könnte ich, ich könnte mir das auch vorstellen zu machen, wenn ich halt an den Leuten, denen ich dieses Abo verkaufe oder diese dann sagen, okay, sie unterstützen mich hier, wenn ich denen halt irgendwie noch einen zusätzlichen Mehrwert biete, weil ich würde jetzt zum Beispiel nie irgendwie meinen Content halt hinter eine Bezahlschranke packen, so das ist gar keine Option. Es soll schon immer noch irgendwie kostenlos zu sehen sein, aber ja, das ist halt dann auch nochmal mit einem zusätzlichen Zeitaufwand verbunden. Da muss man sich überlegen, okay, macht man nochmal einen Livestream, nur für die Leute, die da eben in diesem Abo-Segment sind oder das über Patreon irgendwie zu machen. Ja, genau. Ich meine, ich glaube, da gibt es ganz viele verschiedene Business-Modelle und jetzt im Moment ist es halt mein Modell, die Sponsorenverträge, die ich halt habe. Es sind halt keine klassischen in dem Sinne, es steht einfach nur bei mir auf dem Trikot und ich mache irgendwie zwei Presseshootings im Jahr und bin damit durch, sondern ich nutze halt einfach meine Reichweite auf diversen Kanälen und werde dann dafür im Endeffekt bezahlt und ja, ich meine, das ist eben irgendwie diese Hybrid-Version des Triathlon-Pros, wenn wir das so nennen wollen, wie ich es eben bin, wie es viele andere auch sind. Das gehört dann einfach mit dazu und wenn es so nervig ist, dass es gar nicht auszuhalten ist, dann kann man theoretisch YouTube auch ausmachen und ein Buch lesen oder Fernseher schon nicht, da kommt auch Werbung, das wäre dann auch blöd, aber es gäbe ja theoretisch noch andere Alternative oder so. Man kann dich ja... Aber das ist, das Verhältnis ist ja auch, glaube ich, immer noch ganz gut. Es ist jetzt nicht so, dass da jetzt ich jedes Mal 500 Leute beschwere. Um Gottes Willen, vielleicht habe ich es jetzt, habe ich es jetzt heraufbesprochen. Man kann dich auch noch auf anderen Plattformen, wie zum Beispiel eben auch Spotify und Co. verfolgen. Ich dachte, du sagst jetzt erreichen. Ja, genau. Hallo. Ja, wie viel Zeit steckt ihr da rein in den Auslaufen-Podcast? Ist das eher so ein Ding, dass ihr euch da einmal kurz trefft oder investierst du da auch schon irgendwie Zeit in Recherche für Gäste, Organisationen, etc.? Oder macht das eher Max? Naja, wir haben halt einmal, ja genau, so Gäste, Orga macht jetzt im Moment der Max Torwild ganz viel. Der ist ja auch dann noch deutlich, deutlich enger dran, näher dran, weil der auch selber einfach noch aktiv ist. Ja, keine Ahnung, dann treffen wir uns halt einmal in der Woche im Zoom-Call, nehmen das auf, ich schneide das dann in aller Regel. Das ist schnell erledigt, weil es wenig zu schneiden gibt, weil wir beide so eloquente Guys sind. Und dementsprechend ist das mit relativ wenig Aufwand verbunden, genau. Und dann sorge ich noch dafür, dass es hochgeladen wird und gut ist. Sponsoren ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Felix, du kannst dich schon mal, wir kommen zum Schluss nochmal dazu, dir Keywords überlegen, Schlagworte, unter denen man dich dann 2022 finden wird. Aber vorab würde ich gerne mal wissen, auch das war unter anderem eine Q&A-Frage einer deiner Follower. Ich habe es ein bisschen abgewandelt, ob du in Rot wieder komplett in Schwarz ballern wirst. Hintergrund ist natürlich auch das Thema Sponsoring. Und ich habe mich bei dem Video, ich habe es mir ein paar Mal angeguckt in der Szene, ich habe mich gefragt, wie ich deine Mimik da interpretieren soll. Aber ich stelle dir erst mal die Frage, also ballerst du quasi in Rot wieder komplett in Schwarz? Nee, das kann ich nicht machen. Also mindestens ein Sponsor, also die Greens wird auf jeden Fall draufstehen, vorne auf dem Trikot. Also mindestens, also du planst aber eher mit mehr. Da ist auf jeden Fall noch Platz für mehr. Okay. Genau, aber es ist jetzt nichts ganz heißes in der Pipeline. Okay. Ja, das habe ich mich auch dabei gefragt, ob dein leichtes, naja, die Mimik, ob das eben ausdrücken sollte, dass du selber noch nicht ganz weißt, wie es kommen wird oder ob da irgendwas am Anbundeln ist. Aber du sagst ja gerade schon selber, aktuell ist da nichts heißes in der Pipeline. Richtig, genau. Also du suchst nach Hauptsponsoren sozusagen. Ja, ich bin auch noch am überlegen. Man könnte natürlich auch irgendwie versuchen, so eine, vielleicht so ein NFT, eine NFT-Geschichte zu machen. Mal gucken, dass ich die Leute irgendwie ein bisschen Brusthaut bei mir kaufen können. Und dann für mehr als 10.000 dann. Ja, genau, so ein Quadratzentimeter. Nee, aber Spaß beiseite. Ja, genau. Also wie gesagt, mit FWD Greens habe ich eine längerfristige Partnerschaft, bin ich eingegangen. Genau, und die repräsentiere ich dann eben auch auf der Brust. Genau, aber da ist jetzt bisher sonst noch niemand dazugekommen. Du hast ja selber gesagt, dass du eigentlich dachtest, dass gerade nach dem Erfolg, wo man ja wirklich sagen muss, wie du auch gesagt hast, dass sich das wahrscheinlich, dass das du nicht unterschrieben hättest und auch viele andere nicht, was du da quasi abgeliefert hast in RUH 2021 mit dem dritten Platz, dass du dir eigentlich erhofft hättest, dass danach, naja, also zumindest mal vielleicht auch Partner aufspringen oder Medialresonanz größer ist. Ja, kam es zu Kontaktanfragen oder war das eher so, dass nichts reinkam? Meinst du jetzt wegen, aus Sponsorensicht oder? Genau, dass halt Leute auf dich zugekommen sind, hey Felix, wir haben dich gesehen hier, wir finden dich klasse, du machst geilen Content, werde unser Athlet. Nee, also wie gesagt, wenn ich jetzt schon, wenn ich sage, dass da Athletic Greens von auf der Brust ist und nicht viel anders, dann ist das im Prinzip ja auch die Antwort auf diese Frage. Ja, genau, ich hatte es mir schon erdacht oder so, mir vorgestellt, dass es dann nach Rot einfacher werden würde, beziehungsweise, dass ich da vielleicht ein bisschen gefragter bin als davor, weil ich schon glaube, dass die Kombination aus sportlicher Leistung und den Videos eigentlich ganz gut ist. Genau, aber ist jetzt nicht dazugekommen und man darf halt auch nicht vergessen, wie gesagt, wir sind so im deutschsprachigen Raum oder in Deutschland halt auch gesegnet mit guten Triathleten und wenn man sich so die Teams anschaut, die es gibt, die Profisportler, sage ich jetzt einfach mal anstellen, dann ist es ja relativ überschaubar in Deutschland und die sind halt auch ganz schön voll im Männerbereich. Genau, und wenn solche Teams voll sind oder wenn Sponsorenplätze halt vergeben werden, wenn die voll sind, dann muss ja theoretisch auch erstmal jemand anders aufhören oder nicht verlängert werden, bevor ich dann einen Platz bekomme und ja, keine Ahnung, jetzt war ja auch Rot, auch irgendwie Anfang September, Ende September, ich weiß das nicht, sondern man nimmt ja auch nicht quasi jedes ex-beliebige Angebot an. Ja, genau. Aber das war dann auch sozusagen auch, war das die Ansage dann von bestimmten Managerinnen, dass die Teams voll sind oder ist es eher so, weil man das Prinzip halt kennt, man sieht ja auch jetzt, dass Teams verkündet werden oder ist das eher so, wie war das da? Ne, genau, die waren halt dann voll zum Beispiel, ja, genau. Ja, okay. Und wie kann man sich das generell vorstellen? Guckst du auch aktiv? Hast du dann, sag ich mal, deine Media-Mappe und bewirbst dich da? Also ich denke mal, es ist so ein, also das kann man sich gar nicht so groß vorstellen, wie sowas abläuft. Guckst du aktiv? Ja, genau. Im Prinzip schaust du halt, dass du irgendwie einen Kontakt erstellen kannst. Am besten ist halt, wenn du irgendwie schon einen Fuß in der Tür drin hast. Genau. Und dann halt mit den sportlichen Erfolgen oder mit medialer Reichweite überzeugen kannst. Genau. Und dann muss man einfach schauen, ob du da irgendwie zusammenkommst oder eben auch nicht. Das kann ja auch mal sein, dass man eigentlich erstmal Gespräche führt, aber dann doch merkt, okay, da gehen die Unterschiede zu weit auseinander. Genau. Und dann bin ich da. Also ich habe auch schon auch einige Anfragen natürlich rausgeschickt. Aber ich glaube, es wäre jetzt auch ein bisschen was anderes, wenn ich jetzt gerade so am Anfang meiner Karriere wäre, dann wäre ich da vielleicht auch ein bisschen weniger picky und würde so ein bisschen nehmen, was kommt. Aber dadurch, dass ich jetzt ja auch schon viele Jahre auch nebenher einfach schon arbeite, möchte ich mich halt damit auch einfach immer noch sehr wohlfühlen und genau deswegen eigentlich ganz froh über die Partnerschaften, die ich immer wieder machen kann. Ja, ich habe es mir einfach einfacher vorgestellt. Ich hätte jetzt auch nichts dagegen gehabt, noch zum Beispiel einen Rad Hersteller auf der Brust zu tragen, aber es hat halt nicht geklappt und ich verschwende jetzt auch nicht mehr allzu viel Gedanken, wenn ich ehrlich bin, darüber, weil jetzt fürs Erste ist der Drops gelutscht und wenn sich dann doch was ändern sollte, dann kann man mich eigentlich gut erreichen und ja, also ich meine, der sportliche Wert wird ja noch steigen über die nächsten Saisons. Davon gehen wir aus, ja. Davon gehen wir aus, ja. Ich habe mich nämlich auch gefragt, ob das Thema Teamzugehörigkeit auch bei dir schon mal ein Thema gewesen ist. Du hast ja jahrelang natürlich auch klar beim Laufen, wobei man tritt jetzt ja schon irgendwie alleine, aber trotzdem im Team so, aber jetzt so dieses klassische Team, man ist gesponsert. Jetzt hast du ja schon gesagt, dass die Teams voll sind, aber könntest du dir das tendenziell vorstellen, oder? Nee, Team heißt ja im Triathlon auch nur, dass da halt irgendwie der gleiche Hauptsponsor drauf ist. Ich meine, wen gibt es dann? Wir haben halt irgendwie Team Erdinger, Alkoholfrei oder HEP. Das sind ja im Prinzip die zwei, oder? In Deutschland, ich weiß nicht, ob es noch irgendwas anderes gibt. Die trainieren ja vielleicht irgendwie einmal oder zweimal im Jahr bei irgendwelchen Trainingslagern. Ansonsten teilt man sich halt den Sponsoren oder vielleicht mal irgendwie einen Slot im Windkanal oder so. Aber ja, ich glaube so aus Trainingssicht würde sich da der Alltag auch nicht viel verändern. Fällt es das cool, oder ist es eher so, dass du sagst, boah, muss jetzt aber nicht unbedingt sein? Ich glaube, man muss sich halt einfach überlegen, wie sehr man, also wie viel man dann seine eigene Marke aus der Hand geben will und das tut man bestimmt ein bisschen in dem Moment, wo man so einem Team beitritt und da muss man sich einfach fragen, okay, fühle ich mich damit wohl oder nicht wohl? Und ja. Was natürlich auch immer mehr jetzt im Kommen ist, Stichwort PTO, die neue, ja, der neue Triathlon-Stern, wenn man so sagen will, vielleicht, vielleicht auch nicht. Es ist natürlich auch, dass da viele auch vielleicht geteilte Meinungen haben. Ich habe da eine Anekdote gehört in dem Pushing Limit Podcast, wo es darum ging, dass zwei junge Athleten extra nochmal ihre Wettkampfplanung umgemodelt haben, als jetzt rauskam, dass ja die neue PTO-Tour startet. Also dieses dreiteilige Format gibt relativ viel Preisgeld, sicherlich auch vor allem für die höheren Ränge. Wählst du auch unter Umständen deinen Race-Kalender bei dem, wenn wir, wie ich schon gesagt haben, Henschel-Business-Plan nach irgendwie nach Attraktivität aus oder ist das, spielt das gar nicht mit rein bei dir aktuell? Auch vielleicht jetzt für die 2022er-Planung konkret? Ja, gute Frage. Naja, gibt es ja irgendwie so ein paar Möglichkeiten am Ende des Jahres nochmal zu versuchen, in einen gewissen Bonus reinzukommen. Ich meine, von Challenge gibt es ja auch so ein Bonus-System. Wenn man da, ich glaube, in den Top 5 gerankten Athleten ist, dann gibt es nochmal eine Ausschüttung. Und genau, jetzt von der PTO gibt es ja auch am Ende des Jahres oder gab es am Ende des Jahres irgendwie eine Ausschüttung. Aber nur bis Platz 50, ne? Ja, ich dachte, es wäre zwischen 50 und 100, wäre es nochmal irgendwie weniger gewesen. Okay, dann ist das eine Info, die habe ich dann noch nicht, aber ich hatte nur gelesen, dass es bis 50 reicht. Vielleicht hast du auch recht. Ich habe keine Ahnung. Na gut, wir können es ja insofern beantworten. Also du bist ja, ich glaube, Platz 87 und da kam jetzt aber nichts. Da kam nichts an. Ich habe auch nichts beantragt. Ich habe auch kein Mitglied-Dingsbums gemacht bei der PTO. Ich glaube, das hätte ich auf jeden Fall, also wenn ich Kohle in diesem Ranking haben möchte, dann muss ich auch Mitglied in der PTO sein. Ach, du bist gar nicht Mitglied in der PTO. Ich habe gedacht, weil du im Ranking auftauchst, ich habe mich nämlich gefragt, warum bei dir als Content-Creator quasi kein Profilbild, keine Beschreibung, nichts drin ist. Ich weiß nicht, ob ich das selber machen kann oder ob ich da, wie gesagt, erst Mitglied werden muss. Also ich war ja, das klingt jetzt vielleicht so, als ob ich noch nie auf dieser Website war, aber ich war da schon mal drauf. Ich habe natürlich auch einen Minutentakt teilweise da mein Ranking nach Rot versucht zu aktualisieren. Das hat ja relativ lang gedauert, aber ich finde es teilweise irgendwie so ein bisschen undurchsichtig, ein bisschen schwer an die Informationen da zu kommen, wie dem auch sei. Also da PTO bin ich noch kein Mitglied, aber vielleicht wäre ich auch noch PTO-Mitglied. Mal gucken. Und zu der Frage mit dem Wahl der Wettkämpfe, wir haben das jetzt schon, also die erste, der erste Punkt oder der höchste Priorität hat in all den Entscheidungen, auch was Sponsoren und Equipment angeht, habe ich mich auch mit Sebastian Zeller geeinigt, hat immer die Performance und so haben wir das jetzt auch bei den Wettkämpfen gemacht. Genau, und so haben wir jetzt auch die erste Saisonhälfte geplant. Da kann ich bestimmt auch in den nächsten ein, zwei Wochen noch mehr dazu sagen. Okay. Ist noch nicht spruchreif. Nee, noch nicht spruchreif, genau, aber was ich ja auch schon gesagt habe an anderer Stelle, dass ich mich im Herbst dann für Hawaii 2023 qualifizieren möchte, also wir werden eine Ironman-Langdistanz machen, wo steht aber auch noch nicht fest. Also mal gucken. Spannend. Was natürlich auch ist, ich glaube, du gehst jetzt in die sechste oder siebte YouTube-Staffel. Kann das, also warte mal, wenn du jetzt in der fünften Torisaison bist, ist, glaube ich, die sechste YouTube-Staffel? Sechstes Jahr oder so. Kann gut sein, ja. Hast du, du hast ja schon eingangs gesagt, dass du natürlich auch nicht immer den gleichen Achselwinkel beleuchten möchtest. Planst du da auch, setzt du dich da auch irgendwie einmal, weiß ich nicht, zum Anfang der Saison hin und sagst, okay, wie kann ich da neue Content-Formate planen? Mir ist zum Beispiel auch gefallen, du hast jetzt auch hier und da mal so ein Mikrofon an der Strapse des Bib-Shorts dran, um da vielleicht den Sound zu verbessern oder auch mal einen Screencast-Video gemacht, also du machst die Podcasts, du machst Live-Q&As auf YouTube, also man sieht ja schon, dass du dich da immer wieder erneuerst. Ist da vielleicht auch was für diese Saison noch geplant oder wie sind da deine Gedanken dazu? Ja, jetzt, ich glaube, keine großen Änderungen. Ich habe jetzt schon zweimal auch mit einer Videografin hier aus der Gegend zusammengearbeitet mit der Pia und da die Möglichkeit, noch den ein oder anderen Winkel einfach mal zu sehen und vielleicht das ein oder andere Training besser zeigen zu können. Zeigen ist halt immer ein bisschen, gerade beim Video-Format, schöner als nur darüber zu sprechen. Wenn man noch Bilder oder zumindest Begleitmaterial dazu hat, ist das ganz cool. Theoretisch möchte ich immer noch viele Sachen ausprobieren, auch so die montagabendlichen Live-Streams, die ich ja ein paar Wochen gemacht hatte und auch letztes Jahr im Winter schon gemacht habe, da merke ich einfach gerade so in den hohen Trainingswochen, das ist mir dann einfach noch zu viel. Da bin ich echt froh, wenn ich dann irgendwie abends um 20.30 Uhr die letzten Arbeitsmails gemacht habe und mich dann irgendwie nochmal für eine Stunde auf die Couch legen kann, bevor es dann ins Bett geht. Aber ich versuche schon, wenn sich was ergibt, irgendwie immer wieder neue Sachen auszuprobieren. Genauso ganz spektakuläre Sachen sind jetzt aber für dieses Jahr nicht geplant. Aber vielleicht tut sich ja irgendwie eine neue Plattform auf oder eine andere Möglichkeit, dann kann sich sowas natürlich auch ganz schnell ändern, ja. Ja, Felix, komm langsam zum Schluss, aber mich würden noch zwei, drei Sachen interessieren und zwar, wir hatten auch damals in unserem Live-Talk, nein, es war in deinem ersten Podcast, Angeschwitzt und Ungeduscht, wo ich bei dir zu Gast sein durfte, da hatten wir über die Triathlon-Szene philosophiert, das war 2018, möchte ich meinen. Und da hatten wir so ein bisschen darüber gesprochen halt, dass es irgendwie cool wäre, wenn auch vielleicht Triathlon-Provis medial stattfinden würden, hat sich auch einiges getan, nicht? Kienle und Co. kamen so ein bisschen dazu, Laura Philipp, aber haben uns irgendwie so gewünscht, dass da mehr dazu kommt. Wie würdest du das jetzt so knapp drei, vier Jahre später bewerten, wenn man jetzt uns mal die Triathlon-Szene anguckt? Macht dir das Spaß? Verfolgst du das überhaupt? Bist du so Fanboy, wenn man so schön sagt, von der Triathlon-Szene? Ja, also ich schaue mir schon alle Sanders-Videos an eigentlich. Lucy Charles schaue ich auch fast alles, das war es, aber jetzt eigentlich, wobei jetzt heute kam ganz frisch ein Video raus von Laura Philipp über Wintertraining, St. Moritz und so habe ich mir auch angeschaut. Das habe ich noch nicht gesehen, okay, aufschreiben. Sowohl Laura Philipp als auch Sebi Kienle, ja, schaue ich mir dann schon teilweise an, es werden halt ganz selten einfach Zahlen gezeigt. Das finde ich halt immer schade. Ich finde, glaube, das ist gerade so im Triathlon schon ganz, ganz viele Menschen, die einfach extrem, ja, das interessieren würde, wie schnell jetzt gerade was ist oder wie viel Watt gemacht werden oder wie viel, wie lang die Pause jetzt ist irgendwie bei dem Set und wenn das halt dann fehlt komplett, dann sind es halt irgendwie dann nur, nur noch in Anführungsstrichen sind es halt dann Bilder, wie jemand Sport macht. Genau, das finde ich ein bisschen schade, wenn diese Hintergrundinformationen dann irgendwie fehlt. Achso, genau, ich habe mir auch natürlich alle Videos vom Mikael Eden, also dem Bruder von Gustav Eden, angeschaut. Er hat auch einige Videos hochgeladen aus der direkten Vorbereitung vor Gustavs Ironman-Debüt. Ja, genau, und auch was von Christian Blumenfeld immer wieder sieht, so die Trainingsleger in der Serie Nevada und so. Es gibt ja auch einige Videos, sowas schaue ich mir schon an. Das waren eigentlich so die, was das Triathlon angeht, die Highlights. Ich glaube halt einfach so, die Transparenz über Trainingseinheiten, das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Faktor. Woher kommt das eigentlich? Also genau, diese Datentransparenz, du bist ja schon seit Stunde eins oder null dabei und das wird ja auch wirklich sehr, sehr wertgeschätzt, dass da auch konkrete Zahlen ja einfach genannt werden, offengelegt werden. Das hatten ja viele andere Sportler auch alle Sachen auf Zwift hoch. Ich meine, Freddy Funk zum Beispiel und wie gesagt, viele andere noch. Aber es war ja, also du bist zumindest meine Wahrnehmung vor drei, vier Jahren noch nicht so, wo wahrscheinlich auch noch die Plattformen vielleicht nicht so stattgefunden haben. Vielleicht, ja. Wo man jetzt auch große Leute aus der deutschen Triathlon-Szene auf einmal auch Wattwerte posten sieht, was man so vor zwei, drei Jahren auch noch nicht gesehen hätte. Also das ist schon irgendwie so ein Trend, glaube ich. Ja, vielleicht wissen jetzt alle, dass alle doch das Gleiche trainieren und dass nur das Talent nur noch der Unterschied ist oder wer länger Mittagsschlaf macht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, vielleicht ist weniger Angst da, dass irgendjemand was abgucken kann, weil es irgendwie so klar ist schon irgendwie, dass ganz, ganz selten das Rad noch neu erfunden wird. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Ja. Fehlt dir noch irgendwas in der Mediaszene so oder wo du sagen würdest, das ist irgendwie vielleicht auch cool, aber das muss noch besser werden oder? Ich kann das gar nicht so sagen, ich schaue gar nicht so viel Triathlon- Content, wenn ich ehrlich bin. Also ich mache zwar den Sport wirklich gerne, aber es ist jetzt nicht so, dass ich dann 24-7 außerhalb des Trainings noch mich irgendwie mit dem Sport beschäftigen muss. Also es ist ja sowieso schon ganz oft so, dass man sich noch viel mit beschäftigen muss, wenn man irgendwie rausfinden muss, wo man jetzt noch welchen Fahrradmantel herbekommt oder eine frische Kette und dies, das. Oder wenn jemand dich dann zu einem neuen Podcast einlädt, wo es mit mir dran geht. Dienstagabend noch, bis spät in die Nacht eine Aufnahme durchquetschen musst. Ja. Nein, das mache ich natürlich gerne. Da geht es ja dann auch wieder um mich. Das ist ja auch kein Problem. Das ist immer geschämt, wenn man über sich. Genau. Ja, herrlich. Sehr gut. Nee, also wie gesagt, ich schaue mir schon auch manche Sachen an, aber ist jetzt auch nicht so, dass ich, haben es dann vom Fernseher sitzen und mir denke, ach, jetzt habe ich Bock auf ein Triathlon-Video. Deswegen kann ich nicht sagen, was noch fehlt. So richtig schön laut mit Musik unterlegt. Genau, irgendwas epic. Epic, die ist das. Kennst du eigentlich deine Google-Suchbegriffe, Felix? Wo, wenn Leute dich auf Google gesucht haben, was die da eingegeben haben? Hast du das mal geguckt? Ja, ich kriege das ein bisschen, weil ich ja auch eine Website habe und da kriege ich immer einmal im Monat eine Mail von Google, welche Suchbegriffe die Suchbegriffe waren, genau, die zu den meisten Treffern gezählt, geführt haben dann. Okay, das ist spannend. Also ich habe hier herausgefunden, deine Top 10 Suchbegriffe, zumindest in den letzten Monaten, da haben wir hier Rot, Coaching, Strava, YouTube, Vater, Triathlon, Ironman, Beruf, Gewicht und Kind. Es kann natürlich auch sein, dass es noch andere Felix Henschutz gibt, aber die Auswahl ist ja jetzt auch nicht so weit hergerollt. Ja, nee, nee, das passt. Vater und Kind ist, glaube ich, noch relativ neu, das kam jetzt in den letzten Monaten dazu. Nee, die Leute sind neugierig. Ja, das steht auf jeden Fall. Die schauen wir mal fest. Was wären denn die Schlagworte 2022, Felix? Du musst jetzt nicht 10 nennen, aber wenn man 2022 im Dezember nach Felix Henschel googelt, vielleicht auch noch mit Triathlet als Ergänzung. Das heißt bei Google, Google Zagist, also diese Autovorschläge. Ja, genau. Ich weiß schon, ich überlege gerade. Was wird da kommen? Da kommt Felix Henschel, bla bla bla, Achillessehne kommt da. Da kommt Lauftraining, auch auf jeden Fall wieder. Da kommt Frisur. Frisur? Ja, ich habe wahnsinnig volles Haar, das fällt immer ganz wenig Leuten nur auf, aber es ist wirklich so, ich habe wirklich tolle Haare. Planst du da neue Versionen? Nein, keine Sorge, keine Sorge. Wobei so ein Wasserstoffblond wird schon mal Pete Davidson Style. Es gibt im Triathlon, sorry, dass ich unterbreche, im Triathlon, ach im Triathlon, im Darts, was ja auch ein richtig krassem Aufkommen ist, sicherlich auch eine Nische, da gibt es den Peter Wright, der hat immer ganz, ganz verrückte Haar- und auch Kopfstyles, so mit aufgemachten Tattoos und Haarenkammen in verschiedensten Neonfarmen. Wäre vielleicht eine Lücke. Wollte ich nur mal so einbringen. Ja, nee, ich weiß nicht. Ich meine, wenn man sich anschaut, Jan Froden hat jetzt irgendwie mit Ryzen zusammen jahrelang dafür gekämpft, dass irgendwie Triathleten versuchen, cooler auszuschauen und nicht wie eine Werbe, nicht wie so ein Werbeplakat in Neon und dann kommt Sam Long und knallt sich da hier irgendwie möglichst pink alles zu. Also ich meine, mehr Protest als Sam Long kann es ja eigentlich umgeben. Das überlasse ich dann den Big Guys. Also nein, an meiner Frisur wird sich natürlich nichts ändern. Okay. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich hoffe, das war vielleicht auch mal ein bisschen andere Blinkwickel von dir heute zu hören und wo es vielleicht nicht nur um V2 Max-Werte und Trainingsstunden ging. Und dir gehören auf jeden Fall die letzten Worte, Felix. Ja, das ist schade, weil sowohl Trainingsstunden als auch V2 Max ist jetzt wirklich im Moment perfekt. Das ist ganz am Peak. Genau, also da, ich hätte wieder nur darüber sprechen können. Willst du sie nochmal sagen? Alles gut. Vielen Dank für die Einladung, hat mir Freude bereitet. Und dann, genau. Ciao. Das war Felix Henschel. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören bisher. Was ich hier besonders mitgenommen habe und ich hoffe, dir geht es genauso, ist, dass man sich nicht zu sehr von all diesen Außenreizen poppen lassen darf und sollte. Ja, na klar, Trust the Process ist häufig so diese eine Phrase, aber ich glaube wirklich, dass das einfach machen und natürlich auch eine gewisse Prise Leichtigkeit am Ende doch den Unterschied ausmachen kann. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich an dem Abend Felix doch schon sehr lange mit Fragen gelöchert habe und vielleicht hast du mir die Aufregung zum Anfang auch ein bisschen angehört. So als Zeitnote noch für dich. Direkt nach dem Gespräch war ich mir gar nicht so sicher, ob ich den Auftakt jetzt gelungen fand oder doch eher unerwartet distanziert, wobei das nicht das richtige Wort ist, mich aber auf jeden Fall einige Antworten von Felix doch überrascht haben. Naja, und dann bei der Produktion habe ich doch noch mal hier und da genauer zugehört. Für mich macht das alles komplett Sinn, wenn man Felix Journey auf Social Media verfolgt und das kannst du natürlich auch tun. Die Links zu Felix Insta und YouTube Kanal sowie zu seinem neuen Podcast auslaufen, findest du natürlich in den Show Notes. Wir hören uns hier wieder in zwei Wochen in der Streaming App deiner Wahl und dann kommt einer der, ja heutzutage sagt man Young Guns und vielleicht sogar eines der größten Talente im deutschen Triathlon. Also bis dahin, ciao.